Herzlich willkommen zum ersten und überhaupt Spenden-Stream, Charity-Stream, unser regulärer Livestream. Ja, was soll ich sagen? Jetzt machen wir auch mal einen. Heute, weil wir feiern können, nämlich wir werden heute unsere 50. Insel erreichen. 50. Insel, 500 Tage überlebt, 50. Akroritschi gekillt und über 150 Abonnenten. Mega! Deswegen, weil wir feiern wollen, einen Spenden-Livestream, also Charity-Livestream machen wollen. Das heißt, heute alle Spenden, die ihr spendet, also alles, was ihr spendet, geht zu 100% an die Hilfsorganisation Dunkelziffer e.V. in Hamburg. Die kümmern sich um Jungs und Mädchen, die schon sexuelle Gewalt erlebt haben und betreuen die und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz tolle Hilfsorganisation. Und ja, ich freue mich ganz, ganz tierisch auf heute, auf jetzt. Und deswegen will ich auch eigentlich gleich anfangen. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Oh, Jason, lässt das erste Trinkgeld da. Was heißt Trinkgeld? Spende. Ich muss das eigentlich ändern müssen. 11,11 Euro. Sehr cool. Danke, danke, danke. Erste Spende ist am Start. Cool. Also es funktioniert, Leute. Cool. Mega, 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 mega. Ich freue mich. Ja, so eine Rampe bauen. Und ui. Ute, vielen lieben Dank. 10 Euro. Super. Ja. Cool. 50 Akkorritschis, 50 Schweine und jetzt kommt die 50. Insel. Mega, oder? Und wie gesagt, wir sind jetzt schon über den 500. Tag. Also diese 5 begleitet uns ein bisschen. Hier zum Beispiel ist eine besondere Ziege. Dann haben wir da hinten auch noch eine. Lauf, Lauf, Lauf. Dann haben wir hier ein besonderes Lama. Hier haben wir den schönen roten Vogel. Da bin ich ganz stolz drauf, weil der ist mir bisher auch nur einmal begegnet. Der ist anscheinend auch sehr rar. Hoffentlich stirbt er in Altersschwäche. Ach ja, und dann haben wir noch hier das Zebralama. Und das heißt, uns wären nur noch zwei Tiere. Gell? Fahren wir mal weiter. Da kommt auch schon was, gell? Ja, Mann! Guckt euch das an! Die 50. große Insel! Da ist sie, die 50. große Insel. Und unser Agro-Ritschi ist auch schon am Start. 50. große Insel. Lut, Baby Lut. Wir haben es geschafft. Feuerwerk! Piu, 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 piu! Ach Leute, jetzt lasst uns anstoßen. Lasst uns feiern. 50. große Insel. Es ist schon Wahnsinn, wie lange wir zusammen sind. Fast von Tag 1. Wir haben so viele Inseln erlebt. Wir haben alle 50 große Inseln zusammen erlebt. Es ist so geil mit euch. Es macht so viel Spaß. Jetzt haben wir die 5 geknackt. Mehr 5 kann man, glaube ich, gar nicht mehr knacken. Ach, ist das schön. Guckt euch das an. Siehst du, so sieht unsere 50. große Insel aus. Ja. Wunderschön. Und es ist auch noch die neueste große Insel. Jetzt sieht er mich. Ja, 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 jetzt greift er an. Jetzt greift er an. Moin! Servus! Du bist leider nicht der 50. Agro-Ritschi, aber... Oh, Entschuldigung. Ich bin runtergeflogen. Nein, ich war nicht in Panik. Agro-Ritschi. Oh! Oh! Hallo! Hallihallo, Hallöhle! Wir haben ihn! Ich kann jetzt wieder... Ich kann wieder was lesen. So, was sehen wir von hier oben? Eine Ziege und ein Schwein. Ich weiß nicht, ob uns das Schwein von hier erreichen kann. Ja, kann's. Guten Tag, Schwein! Ja, ganz ehrlich, ich will auch eigentlich lieber dich so killen. Weil, ähm... Das spart ein bisschen Muni. Das wird's eine knappe Geschichte, gell? Nee, wird's nicht. Und schwupps! Hier hinten. Und die kleinen Vögelchen. Siehst du? Da ist nämlich ein kleiner Vogel. Ja, hallo! Ich brauch dich aber leider nicht. Äh... Kiste. Fisch. 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 Torsten! Erschrocken. Vielen lieben Dank! Cool! Super! Und genau in diesem Moment, den feiern wir und bringen auf der nächsten Etage die nächsten Wiesen an. Eins, zwei... Und dann machen wir noch hier die drei hin. Ganz relaxed. Im Wasser. Da ist er doch! Ich seh doch gerade den Schatten! Ich habe dich gesehen! Im Schatten. Aha. Ich bin so schnell. Oh. Äh, Kameraführung? Äh. Ach, ach, puhs! Ganzer Spaß geht verloren bei dir, ja. Ist er doch! Juhu! Juhu! Und flupp! Und flopp! Und flopp! Wunderbar! Wieder ein bisschen Puff. Und machen. Loot, baby, loot, loot. Loot, baby, loot, loot. Krass! Huch! Guck mal hier, jetzt sind sogar 505 Tage. Darauf dringen wir noch mal. Noch mal einen Schnaps. So von wegen, ne? Schnapstag. Ja, und der Highschirm durch. I'm only. Oh, ich seh gerade. Oh, yeah. Vielen lieben Dank. 5 Euro spendet Geeklio. Vielen lieben Dank. Einen guten Zweck. Super. Klasse. Jetzt haben wir schon 27,22 Euro zusammen. Ist das cool. Aber die auch. Ich weiß nicht. Oh, yeah. Hoshy, 15 Euro. Mega. Vielen lieben Dank. Cool. Ich freue mich. 15 Euro. Das ist mega. Flupp. Und flupp. Ja, cool, Leute. Wir haben fast die 50. 2,22 Euro. Jetzt passt es wieder. Bis zur nächsten Spende. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Cool. Wir haben es geschafft. 50. große Insel. Ja, ja, ja. Mega. Auch ingame. Wir müssen mal drauf trinken. So. Ach, ist das schön. Wir haben es geschafft. Ja. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Nein. Wir entfernen uns nur von unserer 50. großen Insel. Aber im Moment kommt keine neue dazu. Äh. Im Moment kommt eine neue hinzu. Und zwar ist die noch sehr weit entfernt. Aber wir können hier unser Siegel spannen. Ähm. Ähm. So. Das heißt. Ein Pilz. Flupp, flupp, flupp. Eine Kartoffel. Und zwei Eier. Und das Ganze wird ein Pilzomelett. Na ja. Die ist natürlich auch froh, wenn sie was zu essen kriegt, gell? Seetang weg. Ein bisschen wegsortieren. Ähm. Wir haben ja Dauerdurst und Dauerhunger gehabt. Aber. Oh, da ist sie. Huh. Unsere 51. Insel. Ja, da ist es. Good dog. So. Diesmal versemmel ich, wenn es geht, die Pfeile. Weil, äh. Ich habe so viele. Ich habe viele Pfeile. Da ist es. Oh, jetzt hat es mich. Oh, jetzt hat es mich. Fieks. Fieks. Ich war noch nicht bereit. Schweini Schwein. Ach ja. Oh. So, und jetzt passt auf. Jetzt sind da ein Pfeil drin. Die nehme ich mir. Und da war eigentlich noch eins. Aber das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht. Und flupp. Und dann haben wir es nämlich. Zack. Den Kopf schmeißen wir schon wieder gleich weg. Und dann haben wir wieder nämlich mehr Platz. Eine schwarze Ziege ist da. Okay. Okay. So, wir brauchen unsere Schaufel. Flupp. Und flupp. Und flupp. Pilz, Pilz, Pilz. Und flupp. Und noch mehr flupp. Ach, schön. Ach, ist das schön. Guck mal hier. Kiste, Kiste. Ach ja. Ich bin ja immer noch dankbar. Um alles, was in den Kisten ist. Mein Gott, was war das immer ein Highlight, wenn man so eine Kiste am Anfang gefunden hat. Ich komme nur nicht hoch. Ja, das war klar, dass ich es hier auf dieser Ebene nicht anders packe. Jetzt kommt noch der Adler. Ja, das ist dann immer doof. Das ist doof. Wenn jetzt noch der Adler kommt. Ich würde gerne die Heilsal bei mir nehmen. Okay, pass auf. Ich muss kurz so machen. Ich wollte mich eigentlich nur eincremen mit dieser Heilsalbe. So. Oh, es war nur noch einer. Mega. Nein, ich wollte eigentlich nicht akuritschig gehen, aber ich kann ja mal einen da reinpfeffern. Wenn er schon auf mich losgeht, muss ich mich da auch mal reinfinden. Und mal bei Gelegenheit herausfinden. Ich bin jetzt erst mal froh, überhaupt zu wissen, was das ist. Ich musste auch googeln, was das mit den ganzen Bits auf Twitch zu tun hat. Weil Bits kennt man nur in Verbindung mit Bitcoin. Dann habe ich mir gedacht, hä, was ist das für ein Kack? Aber das ist ja was anderes. Erschrocken. Ja, wenn man auch so komisch schwimmt. Also wie gesagt. Muss alles erst mal erforscht werden. So, wunderbar. Unsere Schaufel haben wir hier. Du und dein Pfeil und Bogen. Ja, Mann. Headshot Master, weißt du doch Bescheid. Ich wollte nämlich noch da lang, weil ich den Fisch auch noch gerne möchte. Wenn er schon da ist und auf dem Weg liegt, kann ich ihn ja auch machen. Jetzt wäre er fast geplatzt. Er ist geplatzt. Interessante Geschichte. Okay, die machen wir jetzt als nächstes. Und uns unsere Tierchen kümmern. Natürlich. Und es sieht ganz gut aus. So, das heißt, hier und zwei haben wir noch. Also, ich glaube, dass die Tiere eventuell das stört mit den Heilköpfen. Ich weiß nur nicht so ganz, ob wir das vielleicht umholen können. Im Grunde brauchen wir sie ja nicht. Und Hai-Happen ist, naja, gut. Wir haben doch noch irgendwo Hai-Happen, haben wir doch hängen. Genau, unten. Da haben wir Akuretschi. Und wo haben wir denn den lieben Hai-Happen? Ich hatte doch einen Hai-Happen genannt, oder? Wo war der denn? Würde ich erst mal lassen. Abreißen. Also, einen Hai-Happen würde ich gerne hängen lassen. Aber ich habe gedacht, ich habe hier irgendwo noch einen hängen, der auch Hai-Happen heißt. Und ich sehe gerade, Hubertus, Paul und Egon. Aber wo ist mein Hai-Happen hin? Da oben hängt ja keiner, oder? Nö. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, genau. Ich hätte schwirren können, ich habe einen Hai-Happen irgendwo aufgehängt. Also, pass auf. Dann machen wir das so. Dann, ich mache, weißt du was? Ich mache den weg. Und dann kann ich den, ja, ich kann es entfernen. Das ist schon mal sehr gut. Und, dann haben wir das. Und einen lasse ich hängen. Guck mal, das waren unsere ersten Hai-Happen. Das waren unsere ersten Hai-Happen. So. Und den kann ich hängen lassen. Ja, der hängt ein bisschen ungünstig. Eigentlich müsste der nach unten. Jetzt mache ich wieder ein Experiment daraus. So, pass auf. Dann machen wir es so. Dann hänge ich hier jetzt einen hin. Oh, da. So, hier ist ja keiner. Das sah gerade so aus. Hier ist auch eine Stör. Oder hier stört es ja auch nicht. Oder von außen. Kann ich das von außen? Warte mal. Ich komme hier nicht rüber, ne? Komm hier nicht rüber. Hier. Das ist doch auch geil. Was hängt denn hier? Gar nichts. So. Und dann einen Hai-Kopf. Na. So. Und jetzt Text ändern. Hai-Happen. Yeah. Jetzt haben wir es. Tada. Wunderschön. So. Hai-Happen. Akurici. Ja, wir können ja Mainz Radar schauen. Dann werden wir aber wahrscheinlich diese Insel im Let's Play machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir fahren sogar direkt drauf zu, ne? 800, 800, was auch immer. Ach ja. Wir brauchen ja mehrere Scheren für die ganzen Tiere. So, dann machen wir mal dich. Und dich. Ja, das war der Karl-Heinz. Karl-Heinz. Schätze-Lein. Ja, so viele Tiere packt man gar nicht mit der Schere. Zack. Zack. So. War's das? Aber wie gesagt, auf der Homepage von mir, frauzockersucht.blogspot.com, alles ist verlinkt, findet ihr Uploadplan, Livestream-Infos und so weiter und so fort. 330. So, jetzt müssten wir ja mal was sehen. Oh, da ist sie ja schon. Da ist sie ja schon. So, jetzt gucken wir mal von hier herab. Und wir enden das Ganze. Heute Spenden-Livestream, weil wir so viel zu feiern hatten. 50 Akkuritschis gekehlt, 500 Tage auf dem Raft unterwegs, über 150 Abos auf YouTube und jetzt die 50. Insel erreicht. Deswegen, es gab was zu feiern und wir haben es gefeiert. Wir haben es zelebriert. Und jetzt werden wir uns im nächsten Livestream und in den nächsten Let's Plays wieder um die Inseln kümmern. Und ja, unsere nächste Etage vom Zoo ist auch bald so weit, dass man sie vielleicht eröffnen kann. Also, wir haben noch einiges vor. Und es sind 44,44 Euro habt ihr gespendet. Vielen lieben Dank dafür. Und das lasse ich natürlich nicht so stehen. Und ich runde das Ganze mal auf. Und ihr werdet das Ganze auf 70 Euro aufrunden. Deswegen werden jetzt 70 Euro an Dunkelziffer e.V. in Hamburg gespendet. Geile Geschichte. Werde ich bestimmt nochmal machen. Weil sowas kann man irgendwie dauernd machen, oder? Es ist ja auch was für einen guten Zweck. Und ja, sehr, sehr cool. Also, 70 Euro werden gespendet, ihr Lieben. 70 Euro an Dunkelziffer e.V. Also, vielen lieben Dank an alle. Heartbeat Gaming, das ist die liebe Ute. Jason Dax, Thorsten Römer, Giglio, Hoshi. Wen haben wir noch alles? Wer hat noch alles gespendet? Ich lasse es gerade durchlaufen. Ich kann es ja auch nur vorlesen, ne? Aber ihr könnt es ja auch lesen. Ja, und ich, die Frau Zockersucht, tut auch noch Spenden. Ach, wie schön. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ihr Lieben, vielen lieben Dank dafür. Das war ein toller Spenden-Livestream fürs Erste. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich kann euch das mal kurz aufblenden. Da seht ihr es. Das sind die geplanten nächsten Livestreams. Ihr seht es schon. Da oben, also ganz da oben. Nächster Livestream ist Mittwoch um 20 Uhr statt am Donnerstag. Normalerweise immer jeden Donnerstag. Merke ich das. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag wieder zum Frühstückstream um 7.30 Uhr, dann am Mittwoch zu unserem Raft-Livestream, also den, den wir jetzt auch heute haben. Da sehen wir uns dann am Mittwoch. Und der nächste Termin für das Multiplayer-Raft-Spiel in Schwer findet am 31.07. statt. Das ist auch ein Mittwoch. Wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt Ausrufezeichen join in den Chat und ich werde am 25. Juli bei unserem letzten Termin vor diesem Livestream bekannt geben, wer dabei ist. Voraussetzung ist, dass ihr Discord habt. So, das sind die Termine. Und wie gesagt, ich kann euch nichts weiter sagen als vielen lieben Dank. Schlaft gut. Habt noch eine schöne restliche Woche. Ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächsten Dienstag um 7.30 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Vielen lieben Dank. 70 Euro werden gespendet an Dunkelziffer-FV. Vielen lieben, lieben, lieben Dank. Bis dann, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tut backen. Tschüss.